Sondermaschinenbau mit System. Als Innovationsträger im Bereich des anspruchsvollen Modell-, Vorrichtungs- und Formenbaus setzt die Zander GmbH einzigartige Maßstäbe. Ob für Muster, Prototypen oder Serienteile, die Daten individueller Konstruktionen fließen in die Programmierung eines hochtechnisierten Maschinenparks ein, wobei die Verarbeitung von Metallen, Holz und Kunststoff im Fokus des versierten Spezialisten stehen. High-End Engineering und handwerkliche Meisterkunst garantieren präzisionsstarke Ausführungen, vom filigranen Einzelteil über Werkzeuge für medienführende Leitungen bis hin zu komplexen Anlagen mit modularem Aufbau. Kunden aus unterschiedlichen Industriezweigen nutzen diese Erfahrung, Kosteneffizienz und den Service aus einer Hand. Weltweit!